Wow, 220 Meter hoch, Luxushotels, elegante Büros, schon ein Wahnsinn, dieser DC Tower. Na hallo, wer bist denn du? Sicher Banker oder sowas, oder? Ich bin Baumeister. Boah, Baumeister? Ja, hast recht, ich habe meinen ersten Estrich mit sieben Jahren gemacht. Sehr, sehr fein. Was hat dich dann schon begeistert? Begeistert habe ich das, dass du in der freien Natur bist und dass die Aufstiegschancen am Bau extrem hoch sind. Das heißt, du kannst sehr viel Möglichkeiten und kannst sehr viel angehen. Und zum Baumeister hast du es geschafft, ohne jetzt irgendwie HTL zu besuchen, oder? Ich habe keine HTL besucht. Und kohletechnisch schaut es ja auch nicht so schlecht aus. Habt ihr gesehen an deinen Märzl? Naja, wie ist es bei uns am Baumeistern? Halt schwer verdienen. Aber es ist wirklich so, verdienen wir nicht schlecht, gell? Ja, man verdient sehr gut. Mit den Aufstiegschancen auch sehr gut. Und wenn man schaut, als Lehrling, hat man so circa 1600. Das ist aber nicht schlecht. Das ist super. Das ist nicht schlecht. Na ja, da habe ich nichts gelernt. Also zusammengefasst kann man sagen, man verdient richtig gutes Geld. Da kannst du sicher sein. Er schafft so unglaubliche Gebäude wie denn die Seedower. Da kann man stolz sein drauf. Und hat noch richtig Gaudi. Genau. Es gibt nichts Besseres. Also Leute, ab zur Lehre am Bau. Yeah. Informiere dich jetzt unter www.baudeinezukunft.at